Hallo Leute und herzlich willkommen zu 10 Fakten über den YouTuber Flobby. Fangen wir direkt mit Fakt 1 an. Flobby heißt mit echten Namen Felix und ist am 10.10.2002 geboren. Mittlerweile ist er 16 Jahre. Seine Augenfarbe ist grün. Er hat bis zu diesem Zeitpunkt keine Freundin und ist damit Single. Felix und ich sind einer der besten Internetfreunde und kennen uns daher aktuell seit mehr als eineinhalb Jahren. Fakt Nummer 5. Mittlerweile hat Felix schon knapp eine halbe Million Kanalaufrufe. Seine Lieblingsfarbe ist grün, wie man auch sehr oft an seinen Kanal-Designs erkennen kann. Seit Anfang 2017 bringt Felix aktiv Videos in Form von Minecraft und aktuell auch Fortnite. Felix hat bisher eine sehr besondere Stimme, was auch viele Freunde von ihm bezeugen können. Seine ersten 1000 Abonnenten erreichte er am 31.07.2017. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, 700 Abos oder so. Fakt Nummer 10 und damit der letzte Fakt für heute. Felix Lieblingskünstler bzw. Sänger ist Kapital. Okay Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Faktenvideo gefallen. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr jetzt mehr ein bisschen über Flobby Bescheid wisst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.